Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen. Die Stimmung damals bei der Rede bei Frau Schoppe war einfach ekelhaft. Ich meine, sowas wie Hexe, na gut, das ist so nicht besonders schön, aber nicht unter der Jürtellinie. Da kamen aber Dinge ganz eindeutig sexualisierter Art, die man ihr zier rief, so ungefähr mit dir will ja sowieso keiner pennen oder so etwas von der Art. Also wirklich sehr hässlich. Ich hätte das von Abgeordneten nicht erwartet. Ich merke, ich habe das Richtige gesagt. Sie sind getroffen.